Mein Schicksal stand seit jeher fest. Mein Vater war ein Mann des Glaubens und ein heldenhaft kämpfender Kreuzfahrer im Namen Gottes. Ich wurde niemals müde, die heroischen Erzählungen über seine Siege und Triumphe zu hören. Nach der Nachricht seines Todes auf einem Kreuzzug im Heiligen Land entschloss ich mich, seinem Vorbild zu folgen und ebenfalls ein Tempelritter zu werden. Auch mein Vater hätte dies gewollt. Fortan studierte ich die Kunst des Kampfes und die Worte Gottes und wurde bei den Tempelrittern aufgenommen. Mit diesem ersten Schritt sollte sich nicht nur mein Leben, sondern auch das Schicksal der ganzen Welt ändern. Oh! 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wann Gottes, der Teufel? Wofür sprecht ihr da? Nimm den Brief. Ich kann nicht mehr. Der... Lieber Paul, ich schreibe euch in großer Verzweiflung und hoffe auf eure Hilfe als treuer Freund meiner geliebten Tochter. Adele ist verschwunden. Wie ihr wisst, ist sie eine Auserwählte und mit den gütigen Kräften unseres Allmächtigen Gottes ausgestattet. Aber jetzt fürchte ich sehr um sie und hoffe, dass ihr als Tempelritter helfen könnt. Unser langjähriger Freundvater George schien von Sinnen zu sein, als er Adele zusammen mit dem Lord Bischof und seinen Wachen für weitere Studien am Kloster bei uns abholte. Sie sollte nur drei Tage bleiben. Aber jetzt ist sie schon seit zwei Wochen fort und ich habe seitdem nichts von ihr gehört. Die Mönche verweigern sogar jede Auskunft. Ich bitte euch inständig, bitte findet meine Tochter und bringt sie wieder nach Hause. In tiefster Dankbarkeit, Charlotte. Mein Gottes, der Teufel. Helmholt. Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen, wunderbaren Staffel von Gespielt und Zugeschaut, dem einzig wahren Format auf YouTube. Erstmal das sagen, was Pascal eben noch gesagt hatte. Der ist auf jeden Fall auch wieder mit dabei. Ja, ich kann jetzt nichts mehr sagen. Genau. Meine Wenigkeit, der Graf, der Templer klingen. Ganz unspektakulär. Ja, wir spielen Knights of the Temple, hat jetzt mit Sicherheit schon jeder festgestellt. Entweder durch den Videotitel oder auch durch die Bauchbinde hier und was weiß ich nicht über viele andere Wege. Wahrscheinlich auch durchs Thumbnail. Auf jeden Fall, wer ja hier dieses Format verfolgt, der weiß, wir spielen ja hier gerne auch mal Spieleklassiker aus unserer Kindheit. Und da zählt Knights of the Temple definitiv mit dazu. Es ist auch das Spiel, wo ich bis heute den heftigsten Jumpscare eigentlich hatte, der seine Spuren zumindest für die kommenden zehn Minuten hinterließ. Ich werde dann an der Stelle, wenn wir soweit sind, werde ich vielleicht, wenn ich dran denke, nochmal darauf zurückkommen. So. Ja, das Intro habt ihr schon gesehen. Es geht also um einen bösen. Ich glaube, Bischof war es ja nicht, Kardinal. Ja. Ups, jetzt habe ich hier den... Lord Bischof. Genau. Ja, äh, Knights of the Temple habe ich mir hier über Steam geholt und das funktioniert an sich ganz gut. 16 zu 9 Auflösungen mag Knights of the Temple anscheinend nicht so sehr, deswegen ist das hier auch keine 16 zu 9 Auflösung. Und, ja, naja, dann skaliere ich das entweder ein bisschen hoch oder ihr müsst halt mit schwarzen Balken irgendwo leben. Mal schauen, wie sich das dann so entwickeln wird. Ich drücke jetzt hier erstmal auf Spiel starten, denn jetzt kann man hier noch den Schwierigkeitsgrad auswählen. Für alle, die das Spiel nicht kennen, also ab dem Schwierigkeitsgrad Ritter kann man nicht frei speichern. Also frei speichern kann man sowieso bei gar keinem Schwierigkeitsgrad, aber es gibt halt so stationäre Speichersäulen. Und da kann man dann eben abspeichern und ab dem Schwierigkeitsgrad Ritter geht das da auch nicht mehr. Da kann man dann nur die einzelnen Levelabschnitte quasi... Ja, also die müssen dann immer wieder wiederholt werden, wenn man das Zeitliche gesegnet hat. Genau, deswegen spiele ich als Landgraf, passt ja auch zu meinem Namen. Kommt jetzt noch ein Intro, beziehungsweise kommt jetzt noch eine Zwischensequenz. Ich glaube schon, oder? Ja, bestimmt. Von daher, ja, lass dich überraschen, was das Spiel so zu bieten hat. Und jetzt wollte Pascal noch was sagen. Nö. Gut, let's go. Es schien unglaublich. Adele, entführt vom Lord Bischof? Warum sollte er das tun? Eriks mysteriöser Tod gab mir Rätsel auf. Und die Nachricht der Entführung Adels durch den Lord Bischof ließ mich erschauern. Während ich mich zur Residenz des Bischofs, dem Kloster von Belmont, aufmachte, schossen mir die Bilder des Todes meines treuen Freundes und der liebreizenden Adele durch den Kopf. Vielleicht würde ich dort einige Antworten finden. Ich hörte, ihr hättet einige Fragen über unser Leben hier in Belmont. Nicht wirklich. Ich habe dringende Neuigkeiten und muss mit Lord Bischof sprechen. Seid still. Wie könnt ihr das sagen? Ihr schändet das Andenken unseres Gründungsvaters. Wusstet ihr nicht, dass er verschieden ist? Tod? Wie kann das sein? Er ist im Sarkophag in den Katakomben. Sechs Jahre ist er schon da drin. Sechs Jahre? Kaum zu glauben. Es ist so. Ich selbst traue mich nicht, darunter zu gehen. Es ist ein unheimlicher Ort. War es schon immer. Aber in letzter Zeit ist es schlimm geworden. Etwas stimmt nicht hier in Belmont. George, der Priester, ist verschwunden. Und meine Brüder übernehmen sich gar seltsam. Gebt Acht da unten. Seid vorsichtig. Was ist hier los? Öffnet die Tür! Jetzt wird es nicht mehr so laut sein, denke ich. Denn jetzt ist man im Spiel. Das Kloster von... Das Kloster von... Ja. Belmont. Ich muss einen Weg aus diesem Kloster finden. Hat der gesagt, wo das eigentlich ist? In Belmont. Ja, ja. Ist das Frankreich? Ist das Belgien? Nein. Ist das denn Belmont auch noch für eine Stadt? Ja, könnte Frankreich sein. Da bin ich jetzt auch überfragt. Deutschland ist es auf jeden Fall nicht. Ich spiele das tatsächlich mit Maus und mit Tastatur. Also beziehungsweise mit Tastatur und Maus. So muss man es eigentlich sagen. Man kann das an sich auch mit Controller spielen. Hat bei mir aber überhaupt nicht gut funktioniert. Und ich habe auch noch vergessen, sehe ich gerade, das Anti-Alasing einzustellen. Naja gut. Da müsst ihr jetzt erstmal mit Vorlieb nehmen. Ich weiß auch gerade gar nicht, ob das überhaupt ging. Mit dem Anti-Alasing. Kann schon sein. Ich habe gerade gesehen, Belmont ist in Kalifornien. Achso. Ja gut. Ich kenne in den USA, glaube ich, noch Vermont. Aber ich denke mal nicht. Also dann wird Belmont hier definitiv eine fiktive Stadt sein. Also das Wort Mont, also M-O-N-T, das klingt ja schon sehr französisch, weil es gibt auch den Mont Blanc. Mont Blanc. Mont Blanc. Ja gut, also ein dickes Problem hier an Knights of the Temple ist auf jeden Fall die Kamera. Das ist eine Qual. Gut, das ist ja immer so bei den damaligen Third-Person-Action-Rollenspielen. Der Action-Adventures ist wahrscheinlich hier eher ein Action-Adventure. Adventure dann. Ja, ein bisschen Adventure ist hier drin. LOL. Der sieht ja gar nicht hier so abgewrackt aus, wie der Typ. Fällt mir mal gerade so auf. Im Verhältnis zu den anderen. Ich glaube schon ganz schön viel Blut verloren, der Gute. Und der hat, der hat einen Teppich an. Oder eine Gardine. Hat ihm auch nicht geholfen. Ja, aber schon im Jahre 2004 zerstörbare Objekte, zumindest halt ein paar, die dann dafür vorgesehen sind. Hallo? Hallo? Ja. Da sagt er, vielleicht ist es. Alles klar. Ah ja. Ja, trotz alledem, also ich finde es gibt gerade auch in dem Bereich, oder mit dem Szenario ähnlich, also gar nicht so viele gute Action-Adventures, muss man ja leider sagen, wieder. Ja. Ja, das gehört ja eigentlich noch eher zu den besseren. Ja, auf jeden Fall. Also eine gute 70 wird das mit Sicherheit eigentlich verdient haben. Ja, das hatte mal nicht sogar, das hatte eine niedrige 80, meine ich. Also zumindest mal bei GameStar. War das dieses schöne, mittelalterliche Setting mit ein bisschen Fantasy halt anleihen. Über dieses bisschen sprechen wir noch in den weiteren Leveln. Oder meint man ja, dass man davon nicht genug haben kann. Ja, also sehr unverbraucht ist das auf jeden Fall, generell hier mit diesem, mit dem Templer-Orden und all sowas. Toll, jetzt hat er die Heilsalbe aufgenommen. Da gibt es ja noch zwei andere Vertreter, die wir mal angespielt hatten, oder auch nicht. Ich glaube, durchgespielt hatten wir beide nicht. Night of the Temple 2. Ja, das ist ja eine ganz andere Geschichte. Da kannst du ja mal bei Zeiten auch mal die Geschichte erzählen, wie Night of the Temple 2, ja, im Furore besorgt hat, in negativer Weise. Ja gut, das war das Spiel ja nicht an sich, das ist ja nur der Kopierschutz. Und der ist ja sowieso schon damals auch total in Verruf geraten. Weil das damals schon... Wie ist der denn immer? Starforce oder sowas? Ja, ja. Der ist sowieso sehr, sehr kritisch, äh, immer, ja, betrachtet worden, sagen wir mal so. Ich meine ja, bei GOG, wenn man sich da die Spiele holt, die sind ja DRM-frei. Ich weiß ja gar nicht, ob das auch das mit dem Kopierschutz dann ja immer ist. Ja, aber da gibt es Night of the Temple 2, glaube ich, nicht. Ja, ne, ja, Night of the Temple 2 gibt es sowieso nicht online zu erwerben, also halt als digitale Kopie. Das ist ja leider schade. Aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob es Night of the Temple 1 auch auf GOG gibt. Ja, also schade ist es vor allen Dingen deswegen, weil das ja, wie gesagt, schon relativ frisch ist, hier noch dieses Setting. Oder zumindest nicht so ausgelutscht. Und, ähm, naja, es hat sich aber, denke ich mal, nicht so gut verkauft, dass eben dann, ja... Am zweiten auf jeden Fall kann ich mir das vorstellen, weil... Der zweite Teil, der kam ja noch kurze Zeit später raus. Ich fand den, ich finde den zweiten Teil, wie gesagt, eigentlich sogar fast besser als den ersten. Ist auf jeden Fall ausgereift. Ja, ich fand, ich fand die, ähm, Locations auch einfach irgendwie auch erfrischender. Und dann nochmal. Und es war halt, es war halt auch mehr ein Mix von einer etwas mehr Open World mäßigeren Spielweise. Konnte man ja schon relativ früh, meine ich, tatsächlich zu den verschiedenen Locations segeln. Und hier ist es ja doch ein relativ lineares, also es ist ein linearer Spielablauf einfach mal. Es geht ja hier wirklich von Level zu Level. Ja, sicher. Was jetzt, was jetzt natürlich auch nicht verkehrt ist. Also noch linearer kann es ja eigentlich gar nicht sein. So, hier findet man anscheinend schon mal sein erstes, neueres Schwert. Das ist eine interessante Location dafür, dass da welche vom Tempelorden dann begraben worden sind. Mitten von den Gängen dann hier. Ja, das muss ja nicht unbedingt ein Tempelritter sein. Hier steht ja nur der tote Ritter umklammert ein Schwert. Wollt ihr versuchen, es aus seinem Griff zu befreien? Ah, ja. Erstmal alles abreißen. Sieht das überhaupt großartig. Doch anders sieht es schon aus. Ja, auf jeden Fall. Es hat, was, ne goldene Parierstange? Man sieht das ja kaum. Nö. Alles hell. Ja? Also alles so eher eisenfarben, oder? Ja. Alles sehr grau. Na gut, darf ja auch noch nicht direkt fancy sein. Wir haben ja sogar ein ganz bisschen Rüstung. Hier immerhin Schulterplatten und Oberarmplatten. Und ein Kettenhemd noch unter diesem Leinen-Oberteil. Ja, sieht ein bisschen... Sieht ein bisschen von der Anleihe her aus wie die Konditenrüstung. Und was ich weiß, dann die ersten, die man kriegt. Wenn ich jetzt noch ein bisschen Fell hätte. Ja, beim Kampfsystem, da steigt man glaube ich sowieso nicht so hundertprozentig durch, weil das sehr inkonsistent alles ist. Also auch bei den Gegnern. Du hast aber anscheinend gerade eine neue Combo gelernt. Ja, genau. Genau, also der Paul lernt auch mit der Zeit immer neue Kombinationen oder halt neue Kampftechniken, die er sich dann anscheinend hier bei seinen Gegnern abguckt. Wobei ich mich gerade frage, was man sich bei denen hier abgucken will, außer dieses wilde, rumgefuchte. Physik gibt's also auch schon hier. Ich frage mich aber, ob der die Fähigkeit immer genau bei diesem Gegner, den man besiegt, dann gelernt hat. Oder ob das mit der Anzahl der besiegten Gegner da kommt. Nö, das kommt eher mit dem Story-Fortschritt. Alles klar. Jahu. Ups. Sauerei. Das ist gut, er ist... Er hat sich selber in die Flammenhöhle hier wirklich hippen. Ach, das war der erste, erste Abschnitt war das jetzt, glaube ich, oder? Ja. Ah ja. Dieser türkisfarbene Mauszeiger passt irgendwie überhaupt nicht. Hm. Außerhalb des Klosters von Belmond. Ich muss einen Weg hinunter in die Katakomben finden. Eingabe. Oh, das ging ja schnell. Und das sind dann immer die Abschnitte, die man halt komplett machen müsste, wenn man halt auf Ritter-Spiel gehört hat. Wer das GameStar-Video übrigens hier zu dem Spiel gesehen hat, wird sich an die Stelle hier erinnern. Da ist ja der Markus auch dann hierher gelaufen. Hat ja auch gesagt, naja, die Rätsel hier also... Na, wie gesagt, Rätsel kann man die eigentlich nicht unbedingt nennen, zumindest die hier jetzt nicht. Aber so ein bisschen eben mit der Umgebung interagieren, muss man schon ab und zu. Ja, das ist halt typisch 3D-Adventure. Oh, da kommen die ersten... die erste neue Gig. Ja, vor allem das ist halt auch wieder interessant. Wir sind doch hier immerhin nur noch in einem Kloster. Warum sind die jetzt schon so bewaffnete Wachen? Ja, ja. Ich meine, gut, die verrückten Mönche sind ja auch bewaffnet, aber... Gut, die haben sie ja vielleicht schon geordert. Also hat der Bischof ja schon vielleicht geordert dann. Achso, ja, stimmt. Ja, ja. Der hatte ja auch mit seiner... Die Adele hat er ja auch mit seiner Gefolgschaft abgeholt. Die sahen ja auch so aus wie die Wachen hier. Aber der Schild, den der hat, der sah, finde ich, schon eigentlich eher nach einem deutschen Schild aus. Also hier, den Reichsartner gefordert. Das ist ja auch der Reichsartner, ja. Gut, wenn es... Sollte es hier halt... Was weiß ich... Obwohl von dem Aussehen von der Adele daher könnte es schon fast eher Richtung Spanien bald gehen. Spanien in Portugal. Das auf jeden Fall. Die Wachen sehen aber auch eher wieder relativ deutsch aus oder zumindest sehr europäisch, ja. Ja, gut, Spanien. Ja, europäisch würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, hier, das ist mir ja beim... Ja, das ist mir beim Testen ja hier auch noch aufgefallen, dass... Ja, zumindest hatte ich das nicht mehr in Erinnerung, dass man ja hier aus dem Brunnen trinken kann, um sich zu heilen. Und nur einmal, oder? Ne, immer. Achso. Ja gut, da kommt man... Das ist ja das Problem bei linearen Leveln. Da kommt man ja in der Regel nur einmal hin und dann nie wieder. Deswegen hat man da ja nur jetzt für diesen Abschnitt hier was von. Ja, ja, für den Abschnitt. Aber man kann ja dann wieder zurückgehen, zumindest. In dem Abschnitt. Hm, was ist das? Natürlich. Das ist auch so eine... So eine Sache in vielen Spielen, wo dann halt... Man sich von Schlüssel zu Schlüssel dann hangelt. Ja, und dann natürlich auch so nicht wieder neue Gegner da sind. Aber... Ihr habt ja jetzt eben auch schon mein... Da auch gerade wieder mein Lieblingsmove gesehen. Den hat der Aragorn in Herr der Ringe auch schon mal gemacht. Ich glaube sogar zweimal. Mit dem Schwert so hinter sich. Unter dem... Unter dem Arm dann durchstechen. War schon... Genau. Ein nicer Move. Neins auch. Und vor allem, was man auch sagen muss. Ich meine, die haben... Also es ist trotzdem total erstaunlich. Hier wurde so viel Geld eigentlich auch... Äh... Reingesteckt in dieses Spiel. Weil das Motion Capturing, das war ja zu der Zeit noch... Beileibe kein Standard, dass das ja so... Oder zumindest, dass da so viel Aufwand betrieben wurde. Aber da haben die ja auch hier dann eben... Unterricht genommen im Schwertkampf und so weiter. Damit das alles authentisch aussieht. Sieht man auch in den Credits dann sehr gut. Das haben sie ja bei... Gothic 1 haben sie es ja auch schon gemacht. Ja gut, wobei das hier natürlich... Also ich meine hier, das ist ja schon ein bisschen umfangreicher, die Animation. So, ich habe jetzt gerade gespeichert. Ich starte nochmal kurz neu, damit das mit dem Anti-Alasing nochmal gerade gemacht wird. Bis gleich. So, da sind wir wieder jetzt mit Anti-Alasing. Sieht auf jeden Fall direkt schon um einiges angenehmer aus. Ja, was ich auch noch sagen wollte hier... Ist halt auch der Soundtrack für... Ja, alles klar. Also so dunkel, dass er sich schon verstecken konnte im Schatten. Hier ist der Soundtrack auch echt ziemlich gut. Also gerade auch das Lied, was dann in den Credits läuft. Das ist ja so eine Metal- bzw. Rock-Version. Ist auch echt nicht schlecht. Gut, die kommt ja extra nur für die Credits dann. Ja, ja. Aber auch die Musik, die man hier im Spiel hat, finde ich echt... Also auch mega passend. Da ist überhaupt nichts auszusetzen. Und halt noch ein schönes Detail, aber das verrate ich jetzt mal noch nicht, aber... Schön, der andere auf den gewartet hat, dass er gestorben ist. Ich muss vor allen Dingen sagen, die Schilde, die sie hier führen, die sind alles andere als... Funktionsfähig. Ja, gut. Ja, gut. Ist halt auch eine krasse Klinge, die wir hier haben. Ja, haha. Da ist er wieder, der Move. Gut. Ja, also... Ja, gegen so ein Kampfsystem aller Dark Souls, da kommt halt hier Knights of the Temple natürlich mal überhaupt nicht mit. Also bei der Funktionalität. Ja. Da muss ich aber sowieso momentan eigentlich fast jedes Spiel dran messen. Also das ist ja... Meiner Meinung nach ist das ja schon fast eine Referenz. Na ja. Also da geht... Oder zumindest bei meinen Durchläufen gab es da ja auch mehr als genug sehr viele... Also ja, sehr viele Dinge, die auch nicht so schön waren. Schon allein, dass die Gegner ja durch Objekte hauen können und einen treffen und man selber das so gut wie gar nicht macht. Ja gut, das hat ja mit dem Kampfsystem erstmal nichts zu tun. Das sind ja Clipping-Gräder einfach. Ja gut. Die gibt es aber wie gesagt in unfassbar vielen Spielen ja noch. Ja, ist klar. Aber gerade da, wo das Kämpfen im Vordergrund steht, ist das halt schon sehr negativ dann aufgefallen. Kann man sich halt aber auch teilweise zum Vorteil... Man nutzt halt im Endeffekt alles, was man halt machen kann zum Vorteil. Und was die Gegner zum Vorteil nutzen können, ist halt Pech dann. Aber ich sag mal so, man kann trotzdem ja Dark Souls vom Kampfsystem her perfekt spielen. Und das ist ja das, finde ich, was ja ein gutes Kampfsystem ausmacht. Wobei, ja gut. Naja, ich spüre ja Dark Souls so immer nur mit Ausweichen eigentlich. Blocken, ja gut, blocken natürlich auch einiges, aber... Ja, aber das ist ja auch das Coole, dass das er geht. Naja. Du hast ja wirklich viele Möglichkeiten, dass er wieder ein neues Schwert hat. Das habe ich gebraucht. Abgebrochener Spitze. Ja. Das behalten wir jetzt auch erstmal ein bisschen. Vor allem hier ist ja auch eine Schmiede, also das ist alles hier für ein Kloster ein bisschen komisch. Ja, das ist ein militärisch geprägtes Kloster ist das. Offensichtlich. Das ist eine kriegerische Stadt. Ach, ja gut, das kann aber Sander ja hier auch. Ja. Das finde ich die übelste Flucht der Karibik Nuss. Das ist der beste Pirat, den ich je gesehen habe. Das scheint so. Oh, der sieht auch wieder ein bisschen anders aus. Der Tüße, der muss ja nicht sein. LOL ist das. Hat er das Kreuz im Hals auch noch? Der sieht fast aus. Der sieht ja fast aus wie der, mit dem man am Anfang geredet hat. Nee, 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 der hat ja hier viel längere Haare. Ja, gut, von hinten konnte man das ja nicht richtig sehen. Aber der ist auf jeden Fall stärker. Und außerdem hat er hier graue Haare, der andere hat ja auch sehr hellbraune. Ja, das ist, weil er ja verteufelt worden ist. Ach, der hat auch einen Skalpell dabei gehabt. Ach, da sind Kräuter. Der Pro-Boss. Ja. Was haben die denn hier gemacht? Wen haben die denn da geopfert oder seziert? Dieses Buch nennt sich Die Religion und der Körper. Wollt ihr es lesen? Ein Buch. Ach, ein Buch. Es besagt, der Heiler muss an das Kreuz und seine Klinge glauben, um den richtigen Weg zu finden. So, der Heiler ist immer mit einer Klinge ausgestattet, so anscheinend. Mit Heiko Klinge. Was könnte das sein? Ja, das muss da jetzt reingeschoben werden. Große Kruzifix. Ist auch total unauffällig da auf dem Boden, mit den Schienen. Ich finde ja sowas immer interessant, wenn man mal überlegt, diese ganzen Geheimräume, die müssen ja schon beim Bau, beziehungsweise eigentlich schon bei der Planung, ja schon mit eingeplant gewesen sein müssen. Wer möchte hier weiter zu den Katakomben vordringen? Ja. Und da müssen sich ja die Leute irgendwas dabei gedacht haben, dass die ja was mit diesen Geheimräumen ja anfangen wollen. Die Katakomben. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich muss schnell das Grab mal von Lord Bischof finden. Ich glaube ja auf jeden Fall wie ein Rückzugsort, oder der außerhalb zum Beispiel der Burg führt, das ergibt ja durchaus Sinn, dass ja sowas eingeplant wird, auf jeden Fall. Und dass dieser Rückzugsort meistens ja mit einem gewissen Trick ja erstmal sich nur öffnet, damit den ja nicht sofort jeder andere finden kann. Ja. Oder um Dinge zu verstecken, oder halt erstmal nicht so leicht auffindbar zu machen, die eben auch nicht so leicht auffindbar sein sollen. Ja. Das ist ja hier ein sehr entsprechender Fall, würde ich mal sagen. Oh, da konnte man das Schwert mal ein bisschen besser sehen. Ja, lol, das sieht voll aus, außer jetzt unten das mit dem Templerkreuz. Sieht aber sonst von der Form voll aus wie das Langschwert in Dark Messiah. Ja, oder das herkömmliche Schwert in Gothic 2. Da sieht der Griff auch sehr ähnlich dem aus dann. Da wird die Heilsalbe schon eingesammelt. Ja. Ich weiß gar nicht, was heilt denn die Heilsalbe an sich? So ein Drittel ungefähr? Ja. Ja, hey, bleibs stehen. Wer hat das Tor aufgemacht? Aber die müssten ja dann sogar da eigentlich eingesperrt sein. Wahrscheinlich. Oh, war ich da schon? Ne. Ja, hier ist es ja eigentlich komisch. Alter, das ist so schwarz jetzt hier in der Aufnahme. Ach ja, stimmt, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Wenn das alles hier viel zu dunkel ist, dann tut es mir leid. Ich muss gucken, ob ich das vielleicht auffälle dann nachträglich. Aber das ist halt hier schon echt krass dunkel. Wie Spongebob sagen würde, das ist keine normale Dunkelheit. Das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Hm. Ja, das ist bei manchen Eltern spielen leider so. Das ist dann irgendwie auch... Ich weiß nicht, ob das auch ein Windows-Ding ist. Lass mich in Ruhe! Wollte ich sagen. Lass mich los, aber festgehalten haben sie mich ja noch nicht. So, jetzt zu dir. Der sieht voll aus wie Liam Niesen. Das ist manchmal ein bisschen unvorteilhaft, dass er die ganzen Sachen automatisch immer aufhebt, wenn man draufsteht. Ja, auf jeden Fall. Ne, wenn der jetzt eine Heilsalbe zum Beispiel fallen lassen würde, würde man sich wahrscheinlich zweimal belegen, dass man die einsammelt. Was ist das? Ja, so wie jetzt, wenn das eine Heilsalbe gewesen wäre, dann hätte man die aufgehoben. Er hat mal keine Chance. Das ist ja alles nicht der Lord! Vor allem, was erwartet er denn, dass da der Lord Bischof liegt? Einfach neben einem anderen. Das sieht überhaupt nicht edel genug aus. Und dann auch noch in so einem billigen Stein-Sarkophag. Der hat höchstens ja, wie du schon sagst, ein Einzelgrab mal. Und dann einen viel prunkvolleren Grab. Äh, Sarkophag. Ja gut, Grabsteine haben die ja hier eigentlich gar nicht. Dann auch noch ein Lagerfeuer in der Mitte einfach mal in Farb. Ja, da war es jetzt. Und hier diese Fallgrube. Das ist ja direkt hier das Tor zur Hölle. Ja, das ist vielleicht gar nicht mal so weit hergeholt. Also das ist wirklich sehr umfangreich hier. Ich muss aber sagen, meine relativ lange Enthaltsamkeit jetzt hier, was das Spielen und so angeht und das Aufnehmen, hat mich ein bisschen von meiner Rhetorik gekostet, habe ich das Gefühl. Was? Ich habe da ja viel weniger gesprochen als sonst. Ich habe da ja gerade kurz auf der Stelle. Wo du jetzt eine längere Aufnahmepause quasi hattest. Ja, ich mache den Deckel aber noch auf, bevor du da bist. Und das ist wieder nicht der Bischof, obwohl das ist eigentlich auch kein Solo-Grab. Hier sind ja auch noch andere. Die sind sogar nur mumifiziert hier. Oder einbalsamiert. Die sind ja richtig billig aufgebahrt, oder wie das heißt. Oh, da einfach so ein Lagerfeuer. Total komisch. Ja! Also das Kampfsystem hier kann man trotzdem vielleicht auch so zusammenfassen, das beschränkt sich gerade bei diesen einfachen Gegnern wie den Soldaten hier eigentlich fast nur auf Button-Smash. Also so eine richtige Taktik kann man da halt, finde ich, auch gar nicht so gut verfolgen. Weil das halt das Kampfsystem auch nicht unbedingt hergibt. Und nicht das Angehungspattern von denen. Ja, das Problem ist ja bei... Es ist halt kein gutes Kampfsystem, wenn halt auch das Button-Gesmash eher zum Erfolg auch noch führt, als taktisch zu kämpfen. Ja gut. Also das Button-Gesmash sorgt dafür, dass die Kämpfe auf jeden Fall schneller fertig sind. Man verliert natürlich schon mehr Leben, wenn man überhaupt nicht blockt. in den Kämpfen. Wo gehe ich denn hier überhaupt wieder hin? Muss noch das Grab vom Lorden Bischof gefunden werden. Ja, hier kann man sich schon mal gerne mal kurz verlaufen. Oh ne. Warte doch. Kamst du her, da ist der Level. Ah, hier ist noch eine Tür. Was? Ja, da haben sie die Heilsalbe versteckt. Ja, also da war ich. Da hinten kam ich doch auch gerade her. Hast du einen Schlüsselhaster gerade nicht? Den würde man ja da oben rechts sehen. Ja. Es war kaum Musik zu hören, fällt mir mal gerade so. Ah ja. Ja, da ist eh keiner drin. Alter. Was ist das denn gewesen? Ich brauche ein längeres Schwert. Pauls Schwert ist viel zu kurz. Kann man jetzt auch wieder anders verstehen. Obwohl er das ja schon eigentlich eine definitiv ordentliche Länge hat. Und dabei ist sogar nur die Spitze abgebrochen. Wäre sogar noch einen Ticken länger. So, aber ich würde sagen, hier 30 Minuten sind um ungefähr, aber ich weiß jetzt nicht, wann hier der nächste Levelabschnitt kommt, aber da man hier speichern kann, wahrscheinlich erstmal noch nicht. Ja, komm, ist die erste Folge, die kann man ja immer ein bisschen länger machen, deswegen. Ja, auf jeden Fall. Ich musste ja hier, keine Ahnung, vielleicht so 7, 8 Jahre alt gewesen sein, wo ich das dann gespielt habe, denke ich mal. Nein, nein, nein. 7, 8? Ja. Das war knapp. Alter, was ist das denn hier für ein Schatten? Ja gut, in der Aufnahme ist sowieso alles schwarz. Oh. Ach, hier kommt ein Ratzel. Ach, hier ist das Ratzel. Naja, gut. Muss man sich nur ein bisschen umgucken. Aber der erste stärkere Hauptmann hier auch jetzt. Mit einem coolen Helm. Und irgendwie so... Da kennt man immer direkt an seinem Fähnchen auch. so konifären Zweige da oben drin. Na, der geht auch direkt hier von hinten an. Ja, der kann sich damit ausführen. Deswegen hat er ja auch ein Zweihänder direkt. Nein! Und wieder durch den Helm. Jetzt aber hier ein faires Eins gegen Eins. Der Helm übrigens hier, das ist eigentlich auch ein deutscher Helm. Das ist so ein typischer deutscher Soldatenhelm aus dem, ich glaube... meinen Weltkrieg. Äh... 14. Jahrhundert oder so. Oder 13. Jahrhundert. Ach, der hat wieder dieses hässliche Kackschwert, was ganz flach ist an der Spitze. Das finde ich ja so dumm. Weil gerade, wer sich da ja so ein bisschen auskennt, die Spitze von einem Schwert ist ja so ungemein wichtig eigentlich im Kampf, gerade gegen gepanzerte, weil mit deiner Klinge kannst du da ja überhaupt nichts anrichten. Wo wir gerade beim Thema waren, du kannst dir ja vorstellen, warum das abgeflascht ist. Und die Rüstung sieht, äh... Der sieht ganz schön... Also der Helm sieht viel zu mächtig im Verhältnis zu seinem ganzen Unterleib und dem ganzen Oberkörper und all dem Ausbilderwissen. Ja, ja, weil der keine Schulterplatten hat. Aber trotzdem muss man ja mal sagen, auch bei einer Restrüstung ist so ein Helm ja trotzdem immer total praktisch. Also auch jetzt bei... Also egal wie der Rest der Rüstung aussieht, ist so ein Helm ja nie verkehrt, sag ich mal. Ja, nur die Sicht ist natürlich deutlich eingeschränkt dann. Ja, das ist klatsch. Ein... Achso, das ist doch hier mit dem... Ah, ne, stimmt doch sogar. Alchemistisches. Haben sie ja doch nicht mit I geschrieben, okay. Ja, es ist ein alchemistisches Buch, wollt ihr es lesen? Ja! Also, Dreieck nach unten, Mond nach links, das weibliche Zeichen. Ja, mit den Teufeln zueinander oben hat er. Und so ein paar. Also, Dreieck nach unten, wo ist denn das? Na gut, können wir auch hier mit anfangen. Da ist ein Stein mit einem eingravierten Symbol. Wollt ihr diesen Stein drehen? Natürlich noch ein ziemlich simples Rätsel. Ja, natürlich. Da gibt es meine später aber noch auch schon ein bisschen anspruchsvollere. Ja, definitiv. Da kommen sowieso noch zwei Rätsel. Da hatten wir ja dann, wo wir eben jünger waren, uns richtig heftig die Zähne dran ausgebissen, über mehrere Tage. Also, über mehrere Tage ging es ja nicht weiter. Hatten wir da nicht Stefan angerufen oder so? Oder war der da? Ne, der war sogar hier. Und Oma und Opa auch. Aber am Ende war des Rätsels Lösung, glaube ich, sogar durch Mama. Und auch eher durch Zufall. Also, zumindest bei dem einen. Das war auch wieder eher Zufall, dass man da weiterkam. Ja, aber so war das zu der Zeit noch. Also, viele der Jüngeren kennen das ja wahrscheinlich überhaupt nicht. Aber da konnte man nicht. Also, wir zumindest nicht. Da hatten wir noch keinen Internetanschluss. Da konnte man dann nicht einfach googeln und irgendwie so dann herausfinden, wie es weitergeht. Da musste man wirklich noch mit viel Fleiß das dann selber herausfinden. Oder vielleicht, wenn man dann wirklich ein Spiele-Magazin hatte. Da gab es ja auch noch die Bereiche mit den Cheats und mit Spielehilfe und all sowas. Das gibt es ja heute alles gar nicht mehr. Ja, aber das waren ja mal bestimmte Spiele. Da konnte man sich ja nichts aussuchen. Ja, und das hätte uns eh nichts gebracht zu dem Zeitpunkt, weil wir ja Gamester erst seit 2006 sozusagen dann immer regelmäßig hatten. Und Knights of the Temple war ja dann schon lange wahrscheinlich nicht mehr mit dabei. Bei diesen Rubriken. Ja, ja, das sowieso. Aber da, deswegen hatte man ja früher auch tatsächlich noch Lösungsbücher auch im Verkauf und sowas alles. Ja. Wie von GTA 4, dieses Buch, was so dick ist. Ja, ja, das ist auch nach wie vor, finde ich, eigentlich gar nicht schlecht. Das Gefängnis von Belmond. Das Grab von Lord Bischof muss irgendwo hier unten versteckt sein. Ah, jetzt sind wir schon wieder hier. Okay, ich würde mal sagen, obwohl... Ach, komm. Weil ihr es seid. Jetzt noch weiter, so. Ja, aber man merkt schon, jetzt wurde hier diese neuen Kampftaktiken schon während des Kämpfens gelernt hat, sind gerade die einfachen Gegner um einiges schneller dann eben gekillt. Ich glaube, dass vor allen Dingen angeblich der... der ist die erste Person, mit der wir gesprochen haben, der Gründungsvater ist, liegen hier ganz schön viele Leichen schon. Ja. Auf jeden Fall. Ach, Tür geht auf. Achso, ne. Da ist ja doch einer durchgegangen. Ich dachte, die ist jetzt aufgehangen, weil wir die Gegner im Raum umgebracht haben. Also, ich meine, indirekt ist die deswegen natürlich trotzdem aufgegangen, aber... Zumindest hat sie ja wenigstens einer aufgemacht. Hm? Viel zu spät das Einstich-Geräusch. Achso. Aber es gibt es tatsächlich in einigen Spielen früher auch, dass tatsächlich Gegner besiegt werden und dann sich eine Tür geöffnet hat. Einfach. Ja. Lässt sich natürlich über die... über den Realismus da streiten. Ja, das war jetzt... das war jetzt sehr clever. Ja, gut, ja. Also, die Range von dem Feuer war da eigentlich auch echt ein Witz. Alter. Also, das ist hier so eine gute Stelle, um mal auch das Steuerungsproblem zu erklären. Man geht jetzt natürlich mit W hier durch, muss aber jetzt S drücken, damit er jetzt so nach unten geht. Weil wenn man ja logischerweise jetzt in der Position W weiter drückt, geht er wieder zurück. Das heißt, man kann, wenn man das wahrscheinlich so geschickt macht, geht er jetzt immer im Kreis hier. Wenn da jetzt nicht die Mauer wäre. Aber wenn es vielleicht ein breiterer Durchgang wäre, würde der tatsächlich immer so in der Schleife dann sich bewegen. Ja, ja, da gibt es halt zwei Möglichkeiten, wie er so ein Spiel damit umgeht. Entweder ist W immer vorwärts, dann muss man je nachdem, wie man steht, halt gucken. Also, so wie es hier ja ist. Dann, ja gut, ja gut, hier ist ja die Kamera dann immer. Hier geht man ja der Kamera nach, quasi. Ja gut, W ist trotzdem immer. Obwohl, ne, 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 stimmt ja nicht. Jetzt drücke ich ja S, um nach vorne zu gehen. Ja, ja, deswegen. Also, das hier ist ja Kamera gerichtet und das andere ist halt wirklich steuerungsgerichtet. Alter, was war das denn für eine Cheat Range gerade? Ist ja wohl ein Witz. Was ist das denn für Stein? Achso, du läufst die ganze Zeit über diese Falle da links. Beziehungsweise ist das ja ein Mechanismus, ist ja keine Fange. Ich muss sagen, aber das steuert sich mit Maus und Tastatur dann doch ziemlich gut. Also, ist vor allem halt auch viel angenehmer, dass man noch die Maus hat, weil mit der kann man sich halt auch umsehen. Das geht ja, wenn man nur mit der Tastatur spielt, geht das ja gar nicht. Ja, ja, klar. Ja, komm mal. Seltsam, Flottbischof Sarkophag ist leer. Ach, das ist dann hier doch der Sarkophag. Ja gut, da ist der Sarkdeckel auch hier. Ein bisschen imposanter, aber der ist leer. Das heißt, er lenkt noch. Sollte man zumindest jetzt annehmen. Ich mach auf. Man hört es ja wahrscheinlich auch am Klicken, wie viel man hier halt klickt. Ja. Nicht erblich? Alles klar. Ja, und der ist auch einfach umgefahren. Sieht interessant aus. Ja gut. War das nicht erwähnt, dass der Lord Bischof gestorben ist? Wurde das erwähnt? Ja. Der Lord Bischof hat auch erstmal dafür gesorgt, dass die Adele entführt worden ist. Und warum, wie kommt er denn darauf, dass der Lord Bischof tot ist? Ja, vor allem war der da ja auch mit dabei, der Lord Bischof. Ja, in dem höchstpersönlich abkommen. Ja, natürlich. Der hat die dann auch persönlich inspiziert erstmal. Was inspiriert? Ja, inspiriert weiß ich nicht. Wahrscheinlich inspiriert direkt zur Flucht. Das war ja voll fies. Ich kann diese Stiche nämlich noch nicht so gut hier. Ja. Ja. Also wir auch. In irgendeinem Spiel war das auch immer so. Da haben die dann auch immer noch abgewartet und dann für den Stich. Finde ich ja gar nicht so unauthentisch. Wer im Spiel war das denn immer? Das hatte ich doch noch vor kurzem. Ich würde ja eigentlich auch total gerne wirklich diesen historischen Schwertkampf lernen. Aber gibt es ja so wenig Stellen in ganz Deutschland, die einem das ja lehren. Den Schwertkampf, den stellt man sich ja auch wahrscheinlich, wenn man da nicht viel sich intensiver mit beschäftigt hat, auch anders vor, definitiv. Wie? Damals wurde... Damals wurde... Es wurde halt nicht... Es wurde dann mit Alter nicht unbedingt so gekämpft, wie man das vielleicht in vielen Actionfilmen oder so kennt dann. Ja, das ist klar. Oh nein, ich muss jetzt hier total auffassen mit dem doofen Bein. Mann, macht mir nicht jetzt schon so viele Leben hier weg! Was soll das? Du Sack! Ich muss hier hoch! Ich muss hier hoch! Oh nein, das ist jetzt eine ganz schlechte Stelle, weil dann liegt das Beil im Weg, wie der mich die Treppe hochdrückt. Oh, das ist jetzt ganz problematisch hier. Oh, come on! Du müsstest den jetzt nach da hinten drängen, eigentlich. Folge mir! Er ist hier immer... Er ist doch überall eigentlich enger gegangen. Oho! Wenn ich den jetzt hier vielleicht dann da hinten an die Wand... Nein, nicht jetzt hier hin! Jetzt musst du den umdrehen. Warte... Nein! Ich muss da noch durch! Ach, leck mich doch! Man kann sich ja auch überhaupt nicht mehr richtig bewegen, wenn man dann hier da im Kampf ist. Oh, das ist ganz schlecht. Ach doch, hier ist gut. Kommt der jetzt immer noch? Das ist alles nur dafür, damit man die Axt nicht kriegt. Ja, weil die scheiße ist. Alter! Guck mich nicht mit deiner Wampe so aus. Obwohl so dick ist sie eigentlich gar nicht. Ja! Aber dumm. Wollte ich gerade sagen und dann passt sie auch. Lol, ey. Aber dann kriegen die ja doch auch Schaden durchs Feuer. Ja, aber bei dem Zyklopen funktioniert das nicht so gut. Nein. Aber da war ja in der Serie, die ich ja gucke, da war eigentlich echt ein richtig guter Wortwitz. Also ein Wortwitz ist das eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich ein ziemlich subtiler Witz, wo man wahrscheinlich erstmal nur... Ja, den in der ersten Sekunde gar nicht direkt checkt, aber da hat halt die Frau... Also die saßen nebeneinander, haben sich ein Spiel angeschaut. Ich glaube ein Football-Spiel oder so. Und äh... Dann hat die Frau gesagt, der Schiri ist blind. Und dann hat der andere gesagt, ja, wenn der ein Auge mehr hätte, wäre ein Zyklop. Ha! Den fand ich echt nicht so schlecht. So, habt ihr also nichts gefunden? Was soll das bedeuten? Der Mann... Gottes... Der Teufel! Der Teufel! Oh, Alter! Ich versuchte dich zu schützen, aber nein! Bald werdet ihr sein, wo alles begann. Der finale Kreuzzug, den Greif zu schließen! Er ist nicht tot! Er ist nicht tot! Lade mich erfahren! Oh, jetzt ist doch schon der Kampf der Kämpfer. Oh, der... Oh, und ja, die Kamera hier, die ist wirklich... Also noch schlimmer könnte die gar nicht sein. Der hat's schon direkt mal in sich. Also nur... Ja, und jetzt stellt euch das mal vor, mit sieben oder acht gegen so ein Moloch hier schon anzutreten, bei der Kamera und dem ganzen Dreckscheiß hier. Mit sieben oder acht dürfte das eigentlich einfacher sein. Hä, was? Hol der auch. Ich glaub, die haben auch hier keine unterschiedlichen Größen. Oder ist der sogar kleiner als... Oh, Mann! Oh! Der brennt ja ein Lagerfeuer da unten. Ja. Alter, ey, diese Kamera. Ne, ne, ne. Ich muss erst mal an die Heilsalbe, ja. Ich häng hier überall wieder fest. Ja, mit nem fetten zweihändigen... Nein! Mit nem fetten zweihändigen Axttür gesiegt. Was tust du denn da? Ja. Wo wollst du denn hin? Ja, da zu der... Ja, dankeschön. Der hat das fast kaputt gemacht. Die Heilsalbe. Singt mir jetzt auch nichts. Ah, und jetzt hört man das auch, wenn man wenig Leben hat, kommt die Musik von Adele und schweres Atmen. Aber dann, der Ecke, mein ich, ist auch noch ne Heilsalbe. Ne, ich glaub nicht. Hier gibt's nur zwei. Hattest du die, die der schon geholt? Ja, die in dem Korb auf jeden Fall oder in der Kiste da. Man lauft doch einfach auch mal in das Feuer hier rein. Ja, versuch mal die Säule irgendwie dir mehr zum Vorteil zu machen. Schmeiß doch den Ring ins Feuer. Merkt auf jeden Fall, dass er mit der Säule mehr Probleme hat. Ist ja auch wie in Gothic, ey, dann. Vorsicht hier mal mit dem, aber jetzt sieht gut aus momentan. Ja, ist ein bisschen zu verabschiedet. Ja, sehr gut. Nein, nein, nein. Ach so, ja, die Axt kriegt man ja nicht von dem. Die ist zu schwer, oder was? Ist ja wohl ein Witz. Vielleicht. Ist wahrscheinlich zu geschwitzt. Möge eure Seele Erlösung im Himmel finden. Hat er sich da noch geritzt? Ja. Gesicht ist er auch nicht ganz clean. Ja, der ist wirklich nicht ganz. Hätte auf jeden Fall deutlich schlimmer sein können, der Kampf. Aber auf Ritter hat er auch irgendwie mehr ausgehalten bestimmt. Ja. Denke ich auch. Ja, und wie gesagt, halt für so ein Projekt ist das halt immer, finde ich, echt kacke, wenn da dann der Spieler Millionen Versuche braucht, um weiterzukommen. Auch wenn sich das ja vielleicht besser anhört. Ja, der hat das auf dem und dem tollen, schwierigen, Schwierigkeitsgrad da durchgespielt. Da hat der Zuschauer doch nichts von. Das ist doch nur viel unangenehmer, wenn dann der Zuschauer da 5000 Mal dieselbe Stelle wieder sieht. Und immer wieder das Versagen des Spielers. Und wie gesagt, ich bin jetzt auch an einem Punkt angekommen, wo ich dahin spielen auch keinen Bock mehr drauf habe. Und eher dann nachspielen. Genau. Ah ja, West Belmond, das ist jetzt schon ein ganz cooler Außenbereich. Deswegen ist hier jetzt auch ein Cut. Warum wird hier jeder verrückt? Und warum ist das Grab leer? Ich muss Lordbischof hin. Nee! Jetzt sind wir in England hier. Oder vielleicht sogar in Wales hier. Ja, von der Farbe her. Ja, ich beende gleich die Folge. Ich muss aber erstmal... Gib mir Heils ein. Toll! Wurde hingegriffen, naja. Ja, bei dem ja eine Schuhe. Das kam oder, dass er die nicht erwischt hat. Ah ja. Eines Stadtritters. Ja, vor allem Stadtritter. Also wenn das hier alles Ritter sein sollen, als wenn die alle adelig wären, ist der Wundwitz. Das sind eher statt Wachen. Oh, okay. Der hat doch auch eine Nahkampfwaffe. Ihr habt jetzt einen Bogen erhalten. Über vier kann der Bogenmodus aufgerufen werden und mit der Angriffstaste ein tödlicher Pfeilschuss abgefeuert wird. Ja, die Fernkampfwaffen sind hier gar nicht so unpraktisch teilweise. Ja. Ja, die sind eigentlich sogar ultra nützlich. Alter, das Schwert. Ja, und dann haben wir auch eine Ego-Perspektive. Da ist man ja jetzt ja hier ein Thief. Ja. Also ich finde, der Grafikstil hier, der erinnert mich ja auch irgendwie total noch an andere Spiels aus der Zeit. Ich weiß zwar gerade nicht welches, aber... Naja. Ja, gut, auf jeden Fall. Ja, das soll es doch gewesen sein für die erste Folge. Ja, genau. Wir hoffen auf jeden Fall, sie hat gefallen. Ich hoffe, ich finde zu meiner alten Rhetorik wieder zurück. Aber das kommt mit Sicherheit auch wieder, wenn man dann mehr labert. Schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr hier Knights of the Temple schon kennt und was ihr davon haltet. Würde uns auf jeden Fall interessieren. Ob ihr das auch damals gespielt habt, als das dann relativ frisch auf den Markt kam. Und ja, was wollte Pascal jetzt noch sagen? Ich hatte gesagt, jetzt in deiner Zeit hat sich dein rhetorischer Wortschatz um 25% gesenkt. Ja, um 50%. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Gerne Kommentare, Bewertungen und ein Abo dalassen. Und ja, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Ja, da müssen jetzt noch Lernpunkte investiert werden. Ja, die habe ich aber nicht. Adios. Adios. Ja, da muss ich mich, da bin drab drauf. Ja, das muss ich, da bin ich, da bin wir. Ja, das muss ich... Ja, das muss ich, da bin, da bin ich. Oh, da bin ich bei mir. Oh, da bin ich mir wieder, da bin ich dabei. Wer ich da bin. PiS.